Moin zusammen und willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Ich bin Sina und hier neben mir steht der Mini Dreitürer. Wahrscheinlich fällt euch auf, dass er nicht so aussieht wie die anderen Dreitürer, die ihr von der Straße kennt. Das liegt daran, dass er im Frühjahr 2021 ein Facelift erhalten hat. Aber nicht nur der Mini Dreitürer hat das Facelift erhalten, sondern auch die Schwestermodelle, die auf der gleichen Basis gebaut wurden. Diese Basis wird von BMW UKL1 Plattform genannt. Das sind der Mini Fünftürer und auch das Cabrio. Wir schauen uns das Facelift jetzt mal anhand des Cooper S3-Türers an und zwar hier mit John Cooper Works Paket. Wir starten an der Front. Der hexagonal geformte Rahmen, den wir auch schon vom Vor-Facelift kennen, geht hier tiefer. Der wird von Mini Single Framed Grill genannt. Außerdem sehen wir, die Umrandung ist hier in schwarz gehalten und nicht mehr in Chrom. Mini möchte nämlich in Zukunft komplett auf Chrom verzichten. Bei der neuen Generation Mini, die ab 2023 rauskommt, soll sogar gar kein Chrom und auch gar kein Leder mehr verbaut sein. Mini möchte so nachhaltiger werden und hier beim Cooper S haben wir darauf schon mal einen guten Ausblick. Die Nebelscheinwerfer fallen bei den Facelift-Modellen weg. An ihrer Stelle sind jetzt Lufteinlässe. Das macht aber nichts. Das Facelift kommt nämlich serienmäßig mit LED-Scheinwerfern, die die Funktion der Nebelscheinwerfer übernehmen. Das Innenleben der Scheinwerfer ist in schwarz gehalten, wodurch das Tagfahrlicht noch besser zur Geltung kommt. Optional gibt es auch noch adaptive LED-Scheinwerfer mit Matrix-Technologie. Beim One und beim Cooper ist tatsächlich noch ein zweiter hexagonaler Rahmen verbaut, dieses Mal aus Chrom. Und beim John Cooper Works sind die vergrößerten Lufteinlässe in den Rahmen integriert. Serienmäßig kommen sogar die LED-Rückleuchten im Union-Jack-Design. Bis auf die Rückfahrleuchte ist hier alles in LED-Technik umgesetzt, sogar die Nebelschlussleuchte über den Endrohren. Die Heckschürze wurde von Mini überarbeitet und hat ein neues Design bekommen. Der John Cooper Works hat zudem einen noch sportlicher aussehenden Diffusor bekommen und auch der Heckspoiler wurde nochmal überarbeitet. An der Seite fallen die neu designten Blinker in den Side-Skettles auf. Mit dem Facelift kommen drei neue Lackfarben dazu. Das sind einmal Island Blue Metallic, dann Rooftop Grey Metallic und zunächst nur fürs Cabrio Zesty Yellow. Außerdem kommen noch fünf neue Felgendesigns dazu. Optional gibt es das sogenannte Multitone Roof. Dabei wird das Dach in Handarbeit nass in nass in einem Farbverlauf lackiert. Da es eben in Handarbeit gemacht wird, ist jedes Dach ein Einzelstück. Passend zu Island Blue Metallic verläuft der Farbverlauf in Dunkelblau von der Frontscheibe über Hellblau bis hin zu Schwarz am Heck. So etwas habe ich bei einem Serienfahrzeug wirklich noch nie gesehen und finde es ziemlich cool. Und Mini arbeitet noch an weiteren Farbverläufen, da können wir also gespannt sein. Auch hier im Innenraum sehen wir, es wird an Chrom gespart. Bei den Lüftungsdüsen ist zum Beispiel gar kein Chrom mehr verbaut. Und bei den inneren Lüftungsdüsen sehen wir, die stehen jetzt nicht mehr so hervor, sondern sind komplett ins Armaturenbrett integriert. Hier haben wir jetzt das John Cooper Works Ledersportlenkrad. Mit dem Facelift ist aber auch das normale Ledersportlenkrad Serienausstattung. Und optional haben wir erstmals auch die Lenkradheizung, die wir dazu konfigurieren können. Ebenfalls optional könnt ihr in allen Modellen das digitale und multifunktionale Instrumentendisplay erhalten. In Serie bekommt ihr jetzt das 8,8 Zoll große Zentraldisplay dazu, das es standardmäßig Klavierlack umrandet und wurde auch noch ein bisschen umstrukturiert. Neben der Bedienung mit dem iDrive Controller hat das Display auch eine Touchfunktion. Ihr könnt also alles hin und her wischen oder auch in die Navigation rein und raus zoomen. Und auch der Lichtring wurde überarbeitet und sieht jetzt noch futuristischer aus. Das Infotainment System bietet auch noch einige Neuerungen. Die werden wir euch in einem gesonderten Video vorstellen. Also vergesst nicht uns zu abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Zu guter Letzt kommen wir zur Ambientebeleuchtung. Die könnt ihr hier oben über den Knopf einstellen. Neu ist, dass ihr jetzt sechs Farben zur Auswahl habt, plus Rot, wenn ihr im Sportmodus seid. Bei den Motoren hat sich nicht viel geändert. Der One First hat weiterhin 75 PS, der One 102 PS und der Cooper 136 PS. Die drei Motoren holen ihre Leistung weiterhin aus einem 1,5 Liter Dreizylinder. Ein Zylinder mehr und zwei Liter Hubraum gibt es beim Cooper S, der nun nicht mehr 192, sondern 178 PS leistet. Am Fahr- und Beschleunigungsverhalten ändert sich aber nichts. Beim John Cooper Works bleibt es gleich mit 231 PS. Alle Motoren erfüllen nun auch die aktuelle Umweltnorm Euro 6D. Vorher war es Euro 6D Temp, daher auch die Reduzierung der Pferdestärken beim Cooper S. Dieselmotoren gibt es beim Mini schon länger nicht mehr, aber auch der rein elektrische Cooper SE behält seinen bekannten Elektromotor. Und mit den neu entwickelten Modellen sollen 2023 ein Mini Dreitürer und ein fünftüriger SUV dazukommen, beide rein elektrisch. Eine weitere Generation von Verbrennungsmotoren soll dann aber auch noch kommen. Trotzdem möchte Mini bis 2030 rein auf Elektromotoren umsteigen und die Verbrenner aus dem Programm nehmen. Gucken wir mal, was da noch so kommt. Das war das Video zum Mini Facelift. Auf den ersten Blick bleibt es ein klassischer Mini. Auf den zweiten sieht man aber die kleinen Veränderungen und Upgrades. Die Mini dem Mini Dreitürer, Fünftürer und dem Cabrio verpasst hat. Wie gefällt euch das Facelift? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal.